BAM! BAM BAM! Nächster bitte! Ja, wer hätte das gedacht? Sieben Winz, ne? Ja, war jetzt bei den letzten Spielen noch ein bisschen Glück dabei vielleicht, aber nach den ersten zwei Haushoch-Loses hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es noch sieben Winz werden in der Arena. Echt hart. Zurück, jetzt! Äh, hätte ich die bloß behalten. Frohes Winterhauchfest, Champion! Schilderhoch! Schilderhoch! Geil! Er hat sich vertan, ne? Andersrum hätte der die behalten. Hat sich vertan. Misplay! Tschüss! Der Nächste, der rasiert wird. Alles klar! Cool. Das soll eine Waffe sein? Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Waffensysteme aktiviert! Wo soll ich zuschlagen? Ach, Gott sei Dank. Okay, können schlimmer sein, ne? Hm... 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 Waffenysteme aktiviert! Sollt ihr nicht ernst meinen! Das war's! Oh, doch. Wir können... Wo soll ich zuschlagen? Ansturm! Und das hat es dir eben geflüchtet. Wow! Hammerhart, ne? Ja, okay. Ich bin mit allen Wassern gebrannt! Hohoho! Presure! Ich gebe auf! Ne, gleich kommt ein Baum des Lebens, oder ein Reno Jackson, oder so weiter. Der Frostwolf-Clan ist bereit! Frostwölfe! Ja, schick! Hör mal, schick! Spatz! Allein schon der, der Stealth-Typ macht ihn platt, ne? Sternfeuer! Schick, schick! Ja, das ist doch schön! Oh! Nächster bitte! Nächster! Immer schön in die Reihe stellen! Alter, die Videos werden immer kürzer, ne? Hammerhart! Hier! Acht Wins! Easy Mode! Tschüss!